stell dir vor du könntest jetzt auf einschlag plötzlich alles tun alles tun was du möchtest ohne jede konsequenz es würde nichts passieren du könntest alles ausprobieren was du dir jemals erträumt hast das gute wie auch das schlechte du könntest mit 200 mit motorrad durch die ortschaft rasen du könntest dürftest deine nachbarn erschlagen ohne konsequenzen darfst alles machen was würdest du tun würdest du eine flasche conniac aussaufen würdest du sofort einen flug nach nepal buchen um den mount everest zu gesteigen würdest du nach griechenland fliegen um dort gleitschirmfliegen zu lernen was würdest du jetzt tun wenn du alles tun dürftest was du möchtest und auch könntest und genau über diesen augenblick sollten wir freiheitsliebenden uns bewusst werden vielleicht wohl noch nichts außer sein weil es so schön dort wo wir sind wo wir sein namaste